Die Bronze-Medeihe geht an den Gastgeber SV Fortuna 15 von Hamburg. Marlene Schleppen, Maite Deming, Antonia Gens, Jacqueline Gönnig, Ronja Seifert, Jenny Becker, Nadine Schmidt, Elisabeth Eger, Johanna Pugh, Klara Vorbring, Jessica, Dimitriko und Laura Sabina. Im Test Dritter, im Spielstudier Dritter und Gesamtplatz Drei. Die Bronze-Medeihe, Frau Schmidt, bitte. Sieg zum Eislatz 5.010, damit Gewinner hat Herr Söder-Medeihe, wird die TSG Bismarck. Eine Medaille in der Halbung. Michele Zutowski, Ann-Kathrin Marder, Jenny Lebend, Michele Jentsch, Lena Freudenberg, Pia Löwe, Angelique Albers, Sophie Jenajan, Johanna Krohn, Sophie Powirski und Enne Püschel. Auch hier natürlich einen herzlichen Glückwunsch den Trainerinnen und Betreuerinnen der TSG Bismarck. Ich glaube, man muss jetzt um die Auswahl ab und zu werden, mit dieser Spitzeichen der TSG Cambian hat erús. Und es geht jetzt um die reviewing take terriор rejected. Die TSG Wismar, Erster im Test, Zweiter Spiel zu mir und Gesamtbreiter, Zweiter. Jetzt kommt er zum Landesmeister, Schöter und Sessler. Zweiter im Test, Erster im Spiel zu mir und Gesamtärster, Esbau, Riegel, Schwieg. Die Galgenwerke sind Laura Schwassen, Jette Rattensperger, Willi Rödoff, Lisa Gnabow, Marlena Bartelsen, Janne Peterweig, Nadja Brünsch, Anna Charlotte Riese, Aileen Hügg, Paula Prönig, Jessica Groth, Anna Siebert, Anna Feigl, Maria Heitke, Sama Riebisch, Marien Wiese Weiß und Angeline Groth. Auf Wiedersehen, der Trainer im Betreuer, Adolf Gnabow. So, der Landesmeister an der S-V-Nurisch-Predo-Team, TSG Wismar, wird das Land Mecklenburg-Vorpommern beim Bismarck am 20. Juni in Wismar und Dorf Mecklenburg vertreten. Dafür viel Erfolg. Und natürlich Glückwunsch. Wir erinnern noch drei Spielerinnen, einmal die Test-Siegerin. Sie kommt aus Schweren und heißt Maria Meinke. Und natürlich Glückwunsch. Von den Trainern und Betreuern wurden geehrt oder ausgesucht gewählt, beste Torhüterin und beste Spielerin. Wir beginnen mit der besten Torhüterin. Dort wird ausgezeichnet Jette Rattenska. und S-V-Nurisch hoch. Und wir erben die beste Spielerin, es wird Michel Jetsch aus West Ham. Zum Abschluss, freie Tänze, Mädels hier, toll gekämpft, tolle Leistung. Und sie waren ein fantastisches Publikum. Danke!